Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss da irgendwie reinkommen. Warte mal. Das kann ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Da geht es aber gar nicht weiter. Hä? Hier muss es doch eine Möglichkeit geben. Ich kann hier nicht raus, ohne da vorher dieses Ding zu bekommen. Nee. Sekunde. Eins teste ich noch. Da. Ich wusste es. So. Also. Das heißt. Warte mal kurz. Da war das. Ich muss immer noch irgendwie nach da oben kommen. Dafür kriege ich den Boost oder was? Und da habe ich auch noch was vergessen. Den habe ich mir noch nicht geholt. I'll be back. Ich muss nochmal zurück. So ist das nun mal. Ich muss mir das hier leider nochmal anschauen. Warte mal. Also jetzt bin ich hier. Okay. Hier. Da. Der level ab. Wie komme ich da hin? Da gibt es auch was. Da. Sekunde mal. Ich habe ihn da geholt. Ich habe ihn da geholt. Okay, da war nichts weiter. Hier muss es definitiv irgendeine Möglichkeit geben. Von außen, von oben drüber. Das macht irgendwie keinen Sinn. Von da... Ui. Verstehe ich nicht. Also jetzt komme ich da weiter. Boah. Aber hier gibt es doch keinen anderen Weg. Da. Nee. Komisch. Das ist alles ganz... Ach. Ach, warte mal. Nee. Nee. Ich dachte, ich könnte jetzt hier an diese Dinger ran. Ich bin jetzt gerade hier hochgekommen. Hm. Mist. Hör auf mit der scheiß Musik. Wie kriege ich das denn auf hier? Ach, guck mal. Mal. Boah, was man hier nicht alles suchen muss. Oh, Wächterbatterie. Meine Fresse. Ja, wer suchet, der findet, ne? Was für ein Akt. Was für ein Akt. Okay. Ich habe es gefunden. Immerhin. So, auf das extra Leben kann ich verzichten. Wofür ich? Wo muss ich jetzt hin eigentlich? Äh, wo muss ich hin? So, und von wo kam ich jetzt? Ich vergaß. Hier, oder? So. Jawohl. Gut, hier können wir jetzt weiter machen. Hallo, was haben wir denn hier? Uh, das ist schwach, Junge. Okay, ich bin schwach. So, ich muss mich konzentrieren. Das geht so gar nicht hier. Oh nein, da hat's ihn leider zersprengt. Das wollte ich doch gar nicht. Schau mal, da hab ich grad noch Energie gesehen. Das ist schon mal ganz gut. Und das hier? Das war nicht so schlecht. Und tschüss. So, was haben wir denn noch? So können wir... Ich brauch... Ich brauch... ...die Energie. Boah. Das ist aber auch ein Typ hier, ne? Gottes Willen. Gottes Willen. Das ist ja. Da sind es viele Typen, gibt's ja noch. Himmel, Arsch Darf ich mal kurz So, einmal dazwischenfugten Ich muss weg hier Scheiße Ich brauch Energie Ja, bitte, danke Da, Energie, danke Oh mein Gott Ich dachte, das hört ja gar nicht mehr auf So Ich geh mal sammeln Da haben wir noch ein bisschen was Ich schau mich noch mal ein bisschen um Was haben wir hier noch eine Rakete Jetzt wenn man Zeit hat sich umzuschauen Findet man auch noch das eine oder andere So, aber Irgendwas geheimes sehe ich jetzt hier auch nicht Da hin Das kann ich auch nicht mehr aufnehmen Okay Und tschüss Machen sie's gut, der Herr Was Ah Sekunde Ähm Hier, warte mal What Wie soll ich da hochkommen Moment mal Es ist mir Gerade eine Wäldze Was Ich muss nur noch mal versuchen Kann nicht wahr sein, ey Das gibt's doch nicht Was Wieso komme ich denn da nicht dran Ach du Scheiße Okay, ich verstehe Da muss ich mich auch noch fest Klammern What the heck Mann, das ist aber echt sehr, sehr knapp Sehr, sehr knapp Bemessen Okay Na also Junge, 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 Junge In seiner Vernichtung Liegt eure Erlösung Mal gucken Hier gibt's sonst nichts Seht ihr es, Brüder Der Mythos des Slayers ist entblößt Er hat den Willen verloren, um weiterzumachen Wie ist das Verschlingt seine Seele Ich muss überleben Schützt mich in der Not Dann soll euch ein Platz In der neuen Welt sicher sein Ja Freunde, Hallöchen Lasst doch mal kurz hier ein bisschen Ne Hallo Geheimnis gefunden Das oder was Okay Ich bin gespannt Hier in Flitzebogen Meine Super Shotgun Zeigbar Gib her Was Was Ja Ist das so Okay Jetzt wird's interessant Was Das kann ich natürlich gerne tun Wenn das gewünscht ist Mach ich das doch Das bisschen Haushalt Macht sich von allein So Sekunde mal Eine Massenexplosion Jawoll Und hier Was muss ich denn hier machen Anbiet ich den Typen Na Ja 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 Wir haben noch ein bisschen was Oh nein Jetzt kommt auch noch sowas An Warte mal Ai elia 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 eliaen Ich muss einmal kurz Durch das �ule Alter Was geht denn hier Die Hölle auf Erden Gleich mal ganz kurz Die Muttersäge Nein, nicht Warum nicht? So Friss Und gib mir Energie What the heck, what the heck Hilfe, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Was muss ich denn jetzt machen, um hier ranzukommen? Liebe Freunde, was muss ich machen, um da ranzukommen? Das hätte ich auch gerne Nehmen wir erstmal die Karte Hallo, Karte Oh Gott Und ich dachte, es wird so einfach Oh Okay Doch ganz so einfach Wird es nicht Darum ist die Shotgun Ach du Scheiße Oh mein Gott So Vielen Dank für die Blut Oh, jetzt komm ich schon mal da Oh, ja So Dann nehme ich Gesundheit fürs Blut Bei maximaler Rüstung Landen Rüstungspitglas Okay, warte mal Dann nehmen wir Ich hätte gerne mal Rüstung Würde ich sagen Dämonen hinterlassen Häufiger Rüstung Und den Ich nehme mal den Nö, da will ich doch noch nicht rein Warte Ich gehe Machen wir erstmal den hier einmal Wo? Ach hier Sekunde Was? Fehlgeschlagen Ich muss schneller sein Sekunde Machen wir das halt Wissen schneller hier Ich bin sofort da Ich bin sofort da Scheiße Oder auch nicht Fuck Ich habe keine Munition Sehr dumm Ich kann ja nicht machen Was für eine Scheiße Keine Munition Keine Munition Keine Munition Keine Munition Das ist ja super Nice Nice Ich habe keine Munition Ich kann es nicht mal aufmachen Freunde Freunde wie habt ihr euch das gedacht? Ich bin sofort hier Ich bin sofort da Ich bin sofort da Und ich kann es sich Ich bin sofortって ision Ich bin sabes Ich bin heute Ich frage mich, ob ich das hier machen soll. Kann mir mal irgendjemand helfen? Ja? Ja? Da komm ich nach oben Da ist ne Wand Gehen wir doch einfach mal dahin Ok der ist schon wieder glatt Das ist natürlich ungewöhnlich So Ich raff es einfach nicht What the heck soll ich hier machen? So Hier kann ich drüber Wenn ich jetzt hier rüber gehe Ach guck mal was haben wir denn hier? Gib mal her Den Kanaster Kann ich hier Wir haben 4 dafür Anzug 5 So Enthüllt die Automap Station auf der Automap Das ist ja alles ganz toll Strahlenanzug erläutert weniger Schaden Auf Wiedersehen Vielen Dank.